Hi Leute, ich bin's Albert von WPRR.de und es gibt wieder mal eine neue Methode, wie man den Interrob Unlock auf einem Windows 10 Smartphone anwenden kann. Es ist so einfach, dass es praktisch gesehen jeder Nutzer ausführen kann, auch nicht erfahrene Leute, die jetzt auch schon die Windows 10 Mobile Preview verwenden. Und wer es geschafft hat, diese auf seinem Smartphone zu installieren, der wird das auch sicherlich hinbekommen. Also, was ihr dafür benötigt, ist einmal ein Windows 10 PC. Hier haben wir den Asus E-Book X205 dafür vorbereitet und dann müsst ihr euch einige Programme herunterladen. Die findet ihr in unserem Artikel drin, zum Beispiel hier diesen Registry Editor fürs Handy und auch das Windows Phone 8 SDK. Falls ihr nicht Entwickler seid und mit dem wenig zu tun habt, dann solltet ihr euch wirklich dieses hier herunterladen. Das ist quasi die Lite-Version davon, hat 60 MB anstatt 1,4 GB, glaube ich, wie das Windows Phone 8 SDK eben hat. Und da ist eben auch der Download deutlich kürzer einerseits und es verbraucht auch deutlich weniger Speicher auf einem PC. Und dann benötigt ihr natürlich ein USB-Kabel und das Windows 10 Smartphone. Dort fangen wir gleich an. Da gehen wir hier in die Einstellungen, Update und Sicherheit für Entwickler und aktivieren den Entwickler-Modus und aktivieren auch die Gerätesuche. Und dann können wir das so stehen lassen. Dann müssen wir das Windows Phone 8 SDK installieren. Dazu starten wir einfach diese Patch-Datei. Die Eingabe-Taste und dann wird das alles schon von selbst erledigt. So, und wenn das dann fertig ist, dann geht ihr einfach zu euren Programmen, also Windows-Taste, und sucht euch das Windows Phone 8 SDK heraus. Hier habt ihr dann die Application Deployment App. Diese müsst ihr starten. Die Developer Registration, die ist nicht mehr nötig, weil ihr habt das ja gerade eben am Phone gemacht. Schließt nun euer Smartphone per USB an den PC an. So, dann haben wir auch das. Und durchsucht euer System nach dieser XAP-Datei, diesem Root-Tool, das wir zuvor heruntergeladen haben. Jetzt muss ich mal schauen, wo ich das habe. Jetzt gehen wir zum Desktop, wo ich das eben habe. Drückt auf OK und dann auf Deploy. Und das Smartphone, wie ich gerade gesehen habe, muss entsperrt sein dafür. Das heißt, das Smartphone darf auf jeden Fall nicht auf dem Lockscreen sein. Und jetzt warten wir mal ab, bis das installiert hat. So, jetzt steht da XAP Deployment Complete. Können wir das Smartphone abstecken. Und jetzt haben wir hier oben das Root-Tool installiert. Das starten wir jetzt. Ja. Und wenn ihr jetzt ein Lumia Smartphone habt, dann wählt ihr hier Lumia Registry Editor. Wenn ihr ein Samsung Gerät habt, wie das Samsung ETIV-S, dann geht ihr hier ganz einfach auf den Samsung Registry Editor. Die Schritte sind aber eigentlich dieselben. Also ihr geht hier drauf, geht dann hier auf die App-Leiste und auf Templates. Dann drückt ihr hier auf Interrupt Capability Unlock. Und wenn ihr den vollen Systemzugriff unter Windows 10 über den Explorer wollt, dann müsst ihr auch dieses hier ankreuzen. Will ich jetzt aber in dem Fall nicht. Geht auf Apply. Und dann steht das schon Complete. Und schon ist das Ganze fertig. Wer das manuell machen kann, kann das natürlich auch tun. Dann müsst ihr hier die Registry-Werte eingeben. Dazu hatten wir schon mal ein Tutorial. Und dieses ist dann auch in der Videobeschreibung verlinkt. Das wäre es auch eigentlich schon gewesen. So einfach ist es, diesen Interrupt Unlock anzuwenden. Und wer sich jetzt fragt, was ist der Interrupt Unlock eigentlich? Ist das jetzt vergleichbar mit dem Root bei Android oder dem Jailbreak beim iOS? Das ist gar nicht vergleichbar, muss man auch sagen. Denn beim Root unter Android bekommt man Systemrechte. Das heißt, sämtliche Anwendungen laufen auf Systemlevel. Unter Windows Phone beim Interrupt Unlock, da bekommt jede App, die eben diese Berechtigungen verwendet. Zusätzliche Rechte. Das heißt zum Beispiel, sämtliche Apps, wie zum Beispiel hier SixTag, der Facebook Messenger, der TIE Explorer und so weiter, die laufen alle in der normalen Sandbox. Das heißt, sie sind in einer quasi abgeschotteten Umgebung. Und diese Umgebung lässt sich über den Interrupt Unlock ein bisschen erweitern. Die haben dann dieselben Rechte wie beispielsweise die Developer Preview App von Microsoft. Sie können keine andere App installieren. Sie können auch von selbst quasi nichts machen. Ihr müsst dazu selbst die App starten. Ihr müsst dazu selbst die App auch installieren vorher. Und dann auch den Vorgang, den ihr machen wollt, bestätigen. Das heißt, die App kann nichts von selbst machen. Keine Kontakte auslesen. Keine Live-Teilfarben ändern und so weiter. Und der Interrupt Unlock erlaubt euch eigentlich nur solche Dinge zu ändern, wie beispielsweise den Telefonnamen oder den Namen des Dienstanbieters. Oder hier oben diese Benachrichtigungs-Icons. Zum Beispiel könnt ihr einschalten, dass ihr 5G-Empfang habt. Ist eine Spielerei eigentlich. Ihr könnt zusätzliche Live-Teilfarben hinzufügen. Zum Beispiel einfach Farben wie Neongrün, das es beispielsweise nicht gibt. Solche Dinge kann man machen. Ihr könnt euer Lumia 520 dann in ein iPhone 5 verwandeln, vom Namen her. Das steht dann auch in der WPRDE-App drin. Ist ganz lustig und ganz toll. Aber mehr passiert eigentlich auch nicht. Also es kann wirklich ansonsten nichts am Systemlevel bearbeitet werden. Es geht davon also kein Sicherheitsrisiko aus, falls das irgendwer glaubt. Und ist halt nur eine kleine Spielerei für Leute, die aus ihrem Windows-Phone vielleicht ein bisschen mehr ausholen wollen. Das war es auch schon von mir. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.